Und jetzt bitte ich euch, könnt ihr noch geschwind ein wenig winken. Winken! So ist es. Frau Künzler und Frau Schmitz haben uns wunderbar betreut. So, jetzt kannst du dich nicht mehr einschalten. Nein. Ja. Sehr gut, hast du das gemacht? Nehmen wir sie jetzt gut an, ihr seht, an und für sich sehr schöne, fleckte Gegend, dank der KWO. Etwa 80% von den Leuten, die hier wohnen, arbeiten bei der KWO. Aber neben der Suche haben sie noch einen kleinen Bauernbetrieb. Darum haben wir eigentlich auch die Kulturflecke, die man hier hat, alle genutzt. Jetzt gehen wir hoch, du. Habt ruhig! Das ist ja nur 50%. Und jetzt geht der gleich in den schnellsten Schubs. Auf 160%. Nö, genau. Nö, du nö, du nö. Nö, du nö, nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Nö. Nö, nö. Nö, nö. Nö. Und hier nö, nö. Nö, nö. Ja! Jetzt kommt sie! Oh ja! Schauen und schön lächeln! Genau, das ist wunderbar! Jetzt sind wir wieder in diesen 160 Prozent! Am Schluss gab es im Familienhotel Handegg ein Mittagessen. Bei dieser Gelegenheit haben wir erfahren, dass Meerengen ursprünglich eine Meiringenspezialität sind.